Musik Weiter geht's in der Sahara-Nord, äh... Jo, geil, ich darf fahren, ähm, wir müssen jetzt irgendwo da drüben hin, ich werd mich mal ein bisschen beeilen. Oh, was ist das denn, hallo? Ich hab ihn umgefahren. Das wollte ich nicht. Ich verstehe immer noch nicht, warum ich fahre. Ups! Du, kannst du diese Frequenz checken? 0-1-1-Alpha. Ja, okay, drei Treffer. Ich lade Sie auf Eure Karte hoch. Ah, fahren wir mal hin. Wir müssen jetzt wohl so eine Art, äh, Basen derobern. Schick. Machen wir da gleich mal. Auf zuerst, die westlich von uns liegt. Da fahren wir gleich mal hin und schauen, was uns da erwartet. Liegt so ein bisschen, äh, im Wald. Also, ein paar Bäume. Na gut, Wald kann man jetzt nicht sagen. Aber hier sind schon ein paar Bäume. Hält nur noch Wasser und dann sieht es aus wie eine Oase. Gehen wir mal hin. Wie macht mir das ein bisschen Angst? Hallo? Na? Klappe. So, ähm. Oh, Kaktee, der nennt mich ja Minecraft. Voll Lüte-Vergleich Minecraft mit Battlefield Bad Company 2. Woin gehe ich eigentlich? Bin ich richtig? Ähm. Irgendwie ja nicht, ne? Alle machen, die machen ohne mich weiter. Haha, wartet doch mal, ich hab den Falschweg genommen. Hä, 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 hä. Ich hab das Gefühl, hier leckt das mehr, aber das kann doch daran liegen, dass ich, dass hier so viel, ähm, so viel Verschiedenes, also ich so, Äh, äh, lass mich mal ausreden. Ich hab hier so viel Sand und, die ganzen anderen, äh, verschiedenen Grafiken noch hier mit zugefügt worden sind und das hat keinen Sinn ergibt, der Satz. Na, ihr versteht schon, was ich meine. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Hübsche Kakteen. Ich hab nämlich zu mir jetzt, äh, irgendwie nur hier 25,30, bisschen über 30, das ist nicht so schön, aber das wird sich, denke ich, mal legen, wenn der Sand schon mal hier aufhören würde. Hier, hübsch, rennen, rennen, rennen. Und schon hab ich wieder über 50. Boah. Aua. Nimm mal das Scharfschützengewehr. Ach, da ist einer. Da ist einer. Ja, 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 ja. Ich seh, ich seh dich. Mhmm. Mhmm. Man sieht die auch echt so gut, muss man dazu sagen. Ah, da ist ein Scharfschützengewehr. Scharfschützengewehr. Das ist auch einer. So. Geil. Geil. Geil, geil, geil. Guckuck. Wo sind die denn? Wo seid ihr? Hallo? Ich hol einfach mal ab. Rennen, 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 rennen. Dö, 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 dö. Aua, 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 aua. Okay, das ist tot. Boah, das ist echt so ein Dreck mit dem, mit dem, äh, mit dem Sandsturm hier, ne? Das regt irgendwie nachher Zeit auf. Hat man immer so wenig Bilder und du hast mich leider nicht getroffen. Du hast mich leider nicht getroffen. Boah, ich gebe ab, wenn ich die absteche. Das sieht so brutal aus. Ich als lieber Mensch, die hier erstmal abstechen. So. Na, wo sind wir denn hier? Also, das ist die erste Basis von drei. Ich denke mal, mehr muss man dann bei der Mission auch nicht machen. Das dauert dann halt ein bisschen länger, ne? Aber, was soll's. Geh weg mit einer ekelhaften Schrotflinte, ey. Wo dumpt man sich nochmal? Ach, auf T, genau. War doch irgendwie so. Ja, ich spiele auch Battlefield Bad, nicht Bad Company. Ähm, Battlefield Play for Free, deswegen, da ist die, ähm, da ist die ein bisschen anders, äh, die Steuerung. Ich komme irgendwie nicht zu Wort, weil ich irgendwie, okay, er ist tot. Ja, da ist die anders und deswegen muss ich mich hier erstmal wieder dran gewöhnen und irgendwie kann ich nicht sprechen. Ist ja noch einer. Da ist hier noch einer. Wo ist er denn? Hm. Da ist er. Oh, zurück, scrollen, zurück, scrollen. Na, ich kann nur von wem. So. Nur einer, oder was? Nee. Hier ist wenigstens kein Sandsturm mehr, ey. Gott sei Dank. Schon mit diesem binderten Sandsturm. Lalalalala, rennen wir mal da drüben hin. Alles sauber. Wir müssen die Station sichern. Ich versuch's von da aus. Tische wegrennen. Schicka Laptop, meiner ist aber besser. Haha. Okay, ist alle. Oh. Ah, das ist ein Fahrzeug. Preston, ich bleib hier und sehe zu, dass das Signal stabil bleibt. Du musst zu einem anderen Quadranten, während ich hier einiges... Justiere. Gott, da will ich gar nicht durchchecken. Ganz im Ernst, verkennt sich mit. Na gut, na gut. Ich sag nichts. Meine Abonnenten müssen das eh. Pff. Na, naja. Das war ein Kompliment. Jetzt könnt ihr euch ge... Jetzt könnt ihr euch geärbt fühlen. Okay, rock'n'roll. Das Fahrzeug gar sieht gut aus. Ja. Ich hab den Tisch irgendwie zerschlagen. Schade. So realistisch ist das Spiel dann auch wieder nicht. Eigentlich mit der Kanone schießen. Nö. Also dann auf zum nächsten Punkt, oder? Steht auch schon Fahrzeug bereit. Deswegen werde ich einfach mal sagen, wir fahren jetzt dahin. Zum nächsten Punkt. Leute, Leute sitzen schon drin. Wie schnell seid ihr hingekommen? Also die Mission könnte sich echt ein bisschen hinziehen. Das werde ich, denke ich mal, auch ein paar Teile aufteilen. so. Aber was soll's. Yeah. Yeah. Wow. Genau in den Baum rein. Wee. Oha. Scheiße. Ich dachte schon, es ist nicht so unabgekackt. Na egal. Auf zum nächsten Punkt. Ist das die nächste Festung? Wee. Wenn ich jetzt eingetroffen habe, dann lach ich. Bam. 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 Ah, okay. Ich treffe nicht sehr weit. Gut zu wissen. Also auf zur zweiten Festung. Der Motor ist aber echt ganz schön laut. Aua. Ah, hier geht's rein. Aussteigen. Werden uns jetzt erstmal anschleichen. Langsam vorgehen. Na nu, was ist denn hier los? Was ist denn hier los? Före dir mir das mal erz... Wow. Okay, dat ist also los. Alter. Jetzt bin ich gestorben. Ich wusste nicht, dass das so viele sind. Ach, wir sind wieder hier. Das ist gut. Das ist perfekt. Das ist ein bisschen doof, wenn der Sandsturm immer kommt, dann habe ich so wenig Bilder pro Sekunde und dann leckt er ziemlich doll. Das ist nicht schön. Aber ich versuche es irgendwie hinzukriegen. Wenn man es leckt, dann kann man ihn natürlich nicht so gut schießen, ist ja auch klar. Weil man ja nicht jedes Bild sieht. Na, kommt ihr mal. Ah, da kommen sie schon. Ja, ich jag den erstmal ein paar Kugeln in den Kopf und der stirbt nicht. Ist klar. Wo seid ihr? Meine Süßen. Oh je. Voll in die Eier. Voll ins Gesicht gestochen. Ja. Ududududu, ududududu. Kommen bestimmt gleich noch ein paar. So wie ich die Feinde kenne. Ne? Aber egal. Hoppala. Oh, das ist aber ziemlich leer hier. Ist nichts mehr los. Sieht alles ziemlich antik aus. Muss man dazu, wohin geht denn hier? Okay, dann gehen wir mal nach da. Auch wenn da irgendwas geht. Ach, wir gucken einfach mal hier rein jetzt. Ich meine, wenn da schon ein Weg und Leit ist, muss irgendwas drin sein. Gut zu wissen. Gut zu wissen, ne? Das ist... Wir nehmen einfach mal... Und als Premierwaffe nehmen wir... eine Schrotflinte. Das ist doch gut. Ah, das ist sogar... Die Schalldämpferwaffe. Ja, ich mag die SCAR. Ah, die sind cool. Ich hab mich verliebt. Und das ist ne Kiste, die nicht kaputt geht. Ja, schade. Die ist ziemlich präzise. Hat ich aber, glaube ich, schon mal gesagt. Da muss man nicht wirklich zielen. Man muss einfach nur ein bisschen drauf schießen, aber... Ich seh sowieso nicht. So, wenn da... Von einer Granate hinschmeißen. Ah, da kommen sie alle. Da kommen sie. Ah, jetzt sehe ich ja nicht mehr mit dem was.